Hallo zusammen, willkommen beim Unternehmen von der Hunkeler AG. Ich heisse Manuel Fernandes und mache einen dreijährigen Lehrz- und Produktionsmechaniker beim Tochterunternehmen der Hunkeler Fertigung AG. Ich möchte euch gerne meine Tätigkeiten und meinen Arbeitsplatz zeigen. Darum kommt doch gleich mit. Im ersten und zweiten Lehrjahr bekommst du eine gute Grundausbildung. Dabei werden gezielt deine handwerklichen Fähigkeiten durch das Arbeiten mit den Maschinen und dem Material gefördert. Bei uns hast du den Vorteil, dass die Geräuschentäse interne überbetriebliche Kurse hast. Durch diese kannst du mehr Erfahrungen sammeln und dein Wissen vergrössern. Du arbeitest an konventionellen Drei-, Fräs- und Bohrmaschinen, was dir auch ein vielseitiges Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich beschäftigst du dich mit computergesteuerten Maschinen. Kurz gesagt ziehen sie. In diesem tollen Arbeitsklima hast du in dieser Lehre die Möglichkeit, sehr früh selbstständig zu arbeiten. Daher übernimmst du schnell die Verantwortung für Teile und Maschinen. Dabei ist sehr genaues, sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten gefragt. Durch das grosse Vertrauen und die tolle Ausbildung, die du bekommst, hast du schon im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit, Teile für richtige Aufträge der Hunkeler AG zu produzieren. Am Mitte zweites Lehrjahr darfst du dich dann für eine Schwerpunktsausbildung entscheiden, die entweder auf das CNC-Fräsen oder das CNC-Drehen ausgerichtet ist. Im schlussendlich dritten und letzten Lehrjahr hast du dann schon viele Erfahrungen sammeln können. Du bist zwischenzeitlich zu einem vollwertigen Teammitglied in der CNC-Fertigung geworden und kannst flexibel in der Fertigung mithelfen. In der Hunkeler Fertigung AG erlernst du erforderliche Routine und Teamfähigkeit, was sehr wichtig ist für späteren Berufsleben. Ich hoffe, wir haben dein Interesse zum Produktionsmechaniker wecken können. Wenn du auch zu unserem Team hören willst, dann kannst du gerne zu uns schnuppern. Oder bewirb dich jetzt bei der Hunkeler AG in Weikum.